Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Overwatch mit Korobai. Hallo Nefi. Hallo. Äh, Angriff. Ähm, Angriff, Angriff, Angriff. Was nehm ich denn da? Keine Unterstützungshelden. Willst du Unterstützung oder willst du Angriff? Mach Senerta. Ich hab für Senerta kein Spray. Ach doch, ich hab ein Spray. Hä, gestern hat das dann rumgebackt. Gestern hab ich mit Senerta gesprayt, da kam nur das Overwatch-Logo. Und ich dachte so, wie, ich hab kein Spray für Senerta. Dann hat Nefi erstmal in Rage-Georgias. Ja, das war mega wisch. Direkt, Nefi kämpft. Wenn er keine Sprays hat. Ja, ich... Ich spray halt ohne Sprays. Spray and Pray. If only Human and Omnic could learn to live in peace here. Na? Hey there. 5... 4... 3... 2... 1... Attack commencing. Capture objective aim. Oh, da ist ganz viel los dahinten. Dahinten ist ne Mei. Ja, ich wurde angeschossen. Hinter euch ist ein Genji. Und ein Router kommt jetzt. Boah, aggressive Verteidiger. Ich hasse es. Oh, jetzt ist da ne Widow. Ach, Mann. Ja, die Widow hat mich auch nicht. Ey, manche Widows sind richtig krass. Es gibt ja Leute, die spielen ja trotz aller... eigentlich aller Grundregeln von Overwatch und manche nur einen Hero. Da gibt's so viele Hanzo-Spieler. Da gibt's so viele Hanzo-Spieler. Und die sind dann aber auch richtig krass, ey. Ist eigentlich nicht so schlimm. Sind meistens die Sniper. Die die Leute meistens nur spielen. Mach den. Okay, nice. Easy Boy. Sie haben einen Roadhog. Wo ist der denn? Ah, da. Hier hat die Schwere drauf. Die Schwere. Schwere, Schwere. Die Schwere. Die Schwere. Die Schwere. Oh, ich hab nen neuen Schreibtisch. Ich schlag da jetzt erstmal nicht drauf. Da ist direkt die Beule drin. Aber ich... Ich weiß ja nicht, was für einen du hast. Wenn der von Ikea ist, würde ich echt nicht draufhauen. Ist nicht von Ikea. Der alte war von Ikea. Das hier ist ne echte... Meiner... Meiner ist ja aus nem alten Bürokomplex. Meiner ist so ne... Ja, so ne Tischlerplatte. Meiner ist so ne... Ja, so ne Tischlerplatte. Meiner ist... Meiner ist so eigentlich... Meiner ist eigentlich so ein... So ein sau teurer Büro... Tisch. Den ich damals für 70 Euro... Aus dem Ausverkauf von dem Büro gekauft hab. Hehehehe. Da hab ich... Ich hab... Aus dem... Aus dem Büro von meiner Mutter hab ich... Die Tischbeine hier gekriegt. Da musste ich mir nur ne Tischplatte kaufen. Und äh... Zwei Schränke. Also ganz cool. Nicht so viel Geld ausgegeben für neue Büro. In ner alten Wohnung hatte ich auch nen zweiten Schreibtisch. Der war auch selbst gebaut. Einfach Ikea-Stuhlbeine... Äh... Tischbeine geholt. Und ne gute Platte umdrauf, ne? Und ne Platte aus... Äh... Aus dem Baumarkt. Und damit der nicht durchhängt... Weil der auch irgendwie 1,80m lang war... Einfach noch ne Metall... Äh... Stange drunter geschraubt. So aus Alu. So aus dem Profil. Ah... Du konntest auch schwere Sachen draufstellen. Oh, die verkackt. Nice. Also ich hab nicht geschossen. Also von daher ist es okay. Pass auf. Oh, die können ganz viele Leute kriegen. Ne, doch nicht. Okay, Glück ab. Dann gibt's die Sphäre. Oh man, ich hasse das Spiel so sehr. Es ist doch einfach... Und so geb ich dir die Sphäre, ey. Ja, aber dann kam McCree... McCree, der Held... Ohne Mist. Es tut mir wirklich leid. Aber so wie die Leute den... Den spielen... Ich mein, ich spiel jetzt auch McCree, ne? Fuck. Wusstest du, dass das... Äh... Hier ein Fake-Fenster ist auf der Map? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, das Video hab ich doch, glaub ich, betreatet auf Twitter. Hier, Leute. Wo der russische Op-O-Bot-Spieler noch Akte-X-Musik eingespielt hat, so. Guckst du dir grad das Fenster an? Hallo! Er ist hinter uns. Ich glaub er ist... Ja, er ist hinter einem anderen Genji hier. Oh, ne. Äh, der war nicht hinter uns. Er ist weit weg, er hat auch schon geschossen. Hä? Ach, da hüpft der andere Genji rum. Ich schieb mal, ne? Oh, nice! Oh man, der Rotor... Ja, ich hab ihn geschwächt... Mehr kann ich nicht machen. Hinter euch ist Torgan. Und da ist ein Drache. Ah! Hat der echt einen Turm da aufgestellt? Okay, Turm ist weg, aber der Turbian steht da noch. Der baut einen neuen gleich. Nice Wall-Through-Hook. Ach ja, da kann doch keiner was für. Das müssen sie halt patchen, dass das nicht geht. Blizzard bringt doch demnächst einen Patch nicht. Äh... Ich hab ihn doch gedinkt! Ich hab alle angeschossen und keiner verreckt, ey. Ich wechsle den Hero. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, dieser Genji! Ach komm, er ist tot. Bitte. Danke. Und dann heißt er noch... Aggressive. Komm, hier ist unser. Nee, der feindliche Genji heißt Avenko. King's Row? Immer wenn wir schieben müssen, verliere ich King's Row. Wenn wir verteidigen, gewinne ich King's Row. Echt? Ja. King's Row kannst du super schieben. Wir haben ja noch zweieinhalb Minuten. Aber meine... Meine Loose-Rate ist höher beim... Beim Schieben. Ja... Oh Gott! Und ich renn fast rein, ey. Ach komm, das kann doch nicht sein, dass er mich auf die Entfernung trifft, Alter. Ich muss den Hero wechseln. Lustig doch vielleicht. Oh! Wie werden die so... Oh? Was war das denn jetzt? Hä? Wo bin ich? Ach da. Die Kamera war grad megawirsch. Leute, ihr dürftet... Sie lassen sich alle schon wieder zu weit nach hinten pushen. Nicht nur das, wir sind ja alle einzeln unterwegs. Wieso ist da ein McQueen hinter mir her? Das gibt's doch nicht. Vor allem, der McQueen hat ne Mercy am Arsch. Ja, die die ganze Zeit auch noch push, ey. Das heißt, jeder Schutz... Was ist denn mit der Kamera los? Ich guck immer in die falsche Richtung. Okay. Genau! Genau! Die müssen den Hook wirklich patchen, das ist ja wohl nicht wahr. Ja, der ist übel, oder? Oh mein Gott! Der ist ja noch schlimmer geworden als früher! Der Hook ist halt echt böse. Treff grad gar nichts. Der hat schon wieder durch die Wand gehuckt! Ich hasse Roadhog! Er hat's halt schon wieder getan. Komm, wir müssen doch nur den einen Checkpoint hier kriegen. Ach, das gibt's doch nicht, Alter. Wie oft hat Han so seine Ulti, bitte? Ach komm, ey. Es ist einfach... Ich kann einfach nichts mehr dazu sagen. Es ist ja wohl... Ja, komm, wir hatten auch Spaß, ja. Man muss auch mal so sehen, wir hatten ja auch mal Spaß in dem Spiel. Damals in der Close Beta. Da ist ein Genji drin. Nice. Kommt von hinten. Egal, komm, lass zum Payload. Schleiß auf die Mercy. McCree's down. Schiebe, schiebe, schiebe. Wo ist der Rotog? Der Hanso ist hinten. Hinter uns, hinter uns ist Rotog. Ja, er hat mich gemacht. Komm, 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 komm. Es war gut, dass wir geschoben haben. Rotog down, Rotog down, Rotog down. Okay. Okay, okay, okay. Hör doch mal auf, Nephias. Überleg mal, wie geil das war, dass wir da geschoben haben. Okay. Gib doch noch einen Meter. Jawoll. Oh mein Gott. Haben wir eine Diva? Äh, nein. Äh, eine Diva, eine Mercy, sorry. Äh, was? Ja, nein. Was? Moment. Hatten die nicht eine Mercy? Doch, eine Mercy hatten die. Die ist weg. Wir haben eine Lucio jetzt. Movin' with the payloads. Movin' with the payloads. Movin' with the payloads. Movin' with the payloads. Alter, der Hanso. Affe ist... ...undurchgegangen von uns. Zuschauer tun mir mal leid, wenn ich Lucio spiele. Da kotzen die bestimmt immer, weil ich die ganze Zeit mit der Kamera rumwackel und die Leute überhaupt nichts checken, glaube ich. Oh nein. Der Rotar hat nicht mehr viel. Ja, ist down. Torrent, Torrent, Torrent. Äh, der McCree hat nicht gewonnen. Ja, der ist jetzt aber down. Oh, geschmutzter Kern, da müssen wir weggehen. Keine Chance. Da könnte nur Genji hin. Aber... Oh, wie lange geht denn der Kern, ey? Ah, jetzt ist er weg. Okay, Tower weg. Oh, der ist immer noch aktiv. Der hat noch nicht geschossen. Nice. Nice, der Ulti. Er hat noch mal den, den Dings gesagt. Der Lucio. Ja, aber hier ist keiner, den, den in der Nähe haben könnte. Oh, wir gewinnen noch, ey. Komm, der Torbjörn, das ist da ein Piece of Cake. Ja, der Lucio ist hier auch noch. Ist weg. Okay, wir haben gewonnen. Oder? Ach, komm. Den Meter hätten sie noch gönnen können. Oh, okay, nice. Oh, bitte jetzt. Komm, mach doch. Wo ist noch einer? Wo ist der Letzte? Okay. Wow. Gut, dass du nicht negativ warst zu Anfang. Da gibt's sogar ein WP von mir. Oh, alter Schwede, ein WP. Gibt's ja sonst nichts bei dir, ne? Mh, Nephi, das ist sogar ein Highlight. Ja, ich wurde die Böse. Und du auch. Mh. 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 Ich liebe Hanso Highlights. Aggressiv krieg ich erstmal ein Like. Bei 28 Eliminierungen, dafür 47% Kill, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich hab oben übrigens wieder die Leistungsanzeige an, Leute. Die geht in den Optionen an. Bevor mich wieder 50 Leute fragen in den Kommentaren, wie das angeht, ne? Das ist kein Programm, das kann Overwatch von sich aus. Das ist ein Programm, von Nephias. Das müsst ihr mal schreiben. An die E-Mail, at Nephias, at ... At der Nephias auf Twitter. At der Nephias auf Twitter. Er antwortet auf alle Fragen mit einem Punkt. Dass er die gelesen hat. Ja, genau. Und dann antwortet er später, wenn er Zeit hat. Lesebestätigung. Lesebestätigung für euch, sozusagen. Was wisst ihr denn, Nephias, Leute? Wie ist das euch? Die spiele ich ganz gerne in den Widow. Ist eh noch gewartener Spieler. Hört nicht mehr. Ich hab den weißen Widow-Skin, wo sie kaum was anhat. Da wird der Goro ruhig. Mh. Ha. Ach, guck mal. Merci, dass es dich gibt. Hat jemand den Arzt gerufen? Und ich versteh nicht, warum Bastian kein Konstrukteur ist. Ja, Konstrukteure sind halt hier wirklich Sachen, die ... Ich glaub, Junkrat zählt auch nicht als Konstrukteur, ne? Obwohl er Sachen aufstellt. Junkrat auch. Also, Junkrat und Bastian müssten Konstrukteure sein. Also, es gibt es nur zwei. Symmetra und Torbjörn. Du denkst, es ist besser, wenn ich ... ... einen anderen Tank picken? Haha! Ich lebe für eine gute Kampf! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, Damageboost engagiert! Also, Bastian ist doch ... äh, Bastian und Reinhard können sich doch zusammenstellen. Ist doch gut. Ja. Ähm. Ich werd bashen und dann powern und dann haben wir gewonnen, ne? Ja. Ja. Außer, die haben halt einfach vorbereitet. Okay, die haben oben kommen ganz viele raus. Ich hoffe, der Sniper hat mich noch nicht gesehen. Okay, der Sniper hat's weg. Oh, was? Hinter uns, ja. Der Genji war gut. Ja, der Genji kam rübergeschwungen. Der Affe auch. Ah, die machen mich hier zusammen. Alleine hätte ich Genji geschafft, aber zusammen ... Boah, da waren drei Leute, Alter. Da war Mercy, der Affe und Genji. Genji war fast down, ey. Was ist da los? Die sind zu doll auf dem Punkt. Oh nein. Ne, keine Chance. Was? Das war ... Schwer. So. Alle weg, alle weg, alle weg. Guck mal nach rechts oben. Guck mal ab, ey. Wow. Oh Gott, jetzt nicht mehr nach oben gucken. Gleich bin ich tot. Habt noch nichts gesehen, Leute. Wenn ihr auch nichts gesehen habt, lasst dir ein Like da. Wenn ihr was gesehen habt, liked ihr trotzdem. Nein, jetzt ist der Kackaffe schon wieder da. Ach, Mann. Die kommen wieder von hinten mit Mercy und Winston. Ach. Healingsstream engaged. I am ready to revive you. Let me exit. stadt hier oben aber die wissen wo ich bin scheiße ich kann jetzt machen nein ach man ich bin tot die haben die haben den punkt aggressiv rechts rum ach rechts rum jetzt doch gekonnt der aggressiv ich finde ich hätte ich hier das highlight verdienen das könntest du echt wahrscheinlich ich guck nur da mach du hättest sie abschießen können sie war fast tot du hättest sie abschießen können ja die hatten noch ein hp oder so wenn sie acht ja hatte sie nur noch man hat genji nein jetzt bin ich tot und so weit laufen muss ist doch bescheuert bescheuert beim jetzt müssen wir so weit das blöde mal wie schnell die maschinen können wir haben nicht so schnell geschoben vielleicht sollte er doch von reinhard weg wechseln ja aber auch was damit er sich wende gucken kann was wir da nicht funktioniert bei einem selbst das ist schwer alter ich muss von diesem weg wechseln hinter euch ist ein was soll ich machen jetzt ist er da nicht mehr doch das immer noch ich habe ihn aus dem raum geschleudert da ist aber noch einer im raum sind der apfel geflogen alter mehr konnte ich auch nicht mehr heilen also ist unser 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 bestem nicht das schon ein feindlicher bestem alter und ach schade ja keine chance da hätte ich nicht zum reinhard fliegen müssen hat er mir einfach echt in den unterleib geschlagen was war denn da los dann kam der genji rein und ich war mercy nee nein 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 oh gott der Affe 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 naja was wenn die Na was der Affe, der Affe müsste fast down sein jetzt Ah die haben gewonnen oder? Ah, 1,8 Oh, ich muss hier weg Ich muss never die Ich bin da, also Du bist der Letzte, der da ist Ah, scheiß, bin tot Ah, okay Aber ich habe noch ein Achievement bekommen Dafür, dass ich Leute mit der Erschütterungsrakete weggeschubst habe Ah, gut Insofern hat sich das Match gelohnt Oh War das da, wo ich gesagt habe, guck mal nach oben rechts Ja, oder? Ja, das ist das Mit Wallhack Und da habe ich noch so netter gemacht Das waren die, wo du gesagt hast Ja, haben wir ganz gut verteidigt War jetzt nicht so das Beste Aber manchmal ist das so Verursachter Schaden? Achso, weil ich noch auf Pharah gewechselt habe Oh, ne, mit Widow steht, ne? Ne, mit Widow Gut, das war es mit der Folge Aufmer Watch Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao, ciao Tschüss Tschüss Vielen Dank.